Hallo, kurzes Nachrichten-Update aus der Asclepius Region Arz. Wir starten gerade eine tolle Personaloffensive, und zwar bieten wir Pflegekraft auszuliebenden fertige Übernahmeverträge, noch bevor sie ihre Prüfung bestanden haben. Sobald Sie also Ihre Examina in der Tasche haben, können Sie bei uns anfangen. Und einige haben schon unterschrieben, ein guter Start, und zwar in der Asclepius Klinik Schilder und Sesen und in der Asclepius Klinik in Goslar fangen die Pflegekräfte dann nach Ihren Examina bei uns an. Ein konkreter Beitrag im Kampf gegen den Fahrkräftemangel.